so wie schaut es denn hier aus. immer noch nicht fertig. mann 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 da dauert ist ja schlimm hat Filmalien gefunden tief zu tief zu tief hier oben. was gibt es denn da? silver? oh cool so jetzt müssen wir alle hier aktivieren immer alle da in die ecke und ihr auch kontinuier die missfiecher raus. so ein wechsel. so erledigt. können wir wieder. hey, hey, hey. blödenkäfer. rette die schweine und so weiter. ja, was mit dem? bist du tot? ja. können wir das schwein retten? danke. hey, hey, hey. das war aber knapp. und nicht schön. zu tief gegraben. das gute silber. 10.000 haben wir schon. sehr schön. das freut mich. so, jetzt müssen wir ein bisschen warten. ich habe schon wieder zu viele hunde. kann das sein? ja. ich glaube schon. so, wie schaut es denn hier aus? sind ja bauteile. haben wir keine mehr? ich glaube, strom haben wir mehr als genug, oder? ja, so könnte da mal jemand schnell das ding umschalten. äh, macht das jemand? so, danke. da ist schon wieder jemand nackt. julian ist nackt. was fehlen dir denn? hosen. haben wir keine hosen mehr? oh, wir haben keinen teufelsgarn mehr, deswegen. das ist natürlich doof. dann darfst du gerne noch stoff verwenden und syngarn. irgendjemand halt. oh, ein überfall. mechoninidenschwarm. greifen sofort an. was? nein, nicht da reinkrachen. direkt in deiner kolonie. oh, super. das wird wieder lustig. das wird wieder lustig. das wird lustig. lustig. tralala. mal alle da treffen. oh, shit. mit nein. mit nein. dahin. 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 oh, da ist jemand verletzt. wer ist denn das? ah, jasch. du musst mal ganz schnell ins bett. haben wir alle? ich glaube schon, oder? jester ist auch verletzt. 13 stunden. okay, das passt. den hatten wir mal. das nehmen wir mit. das war's, oder? mehr liegt hier nicht. nee, das war's. gut. kriegt ihr niemand retten? nicht? ja, nack. karamba. ah. dann aber schnell. man, hier schaut's aus. was soll das? was soll das? toten 6. toten 12. wird der schon behandelt? nee. warum nicht? du sollst hier mal den behandeln. und steve. bundle. jester. ei 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 ei. öse, ouch gemacht. hier. irgendwas schweres. verletzt, irgendwas abgeschlagen, nur ein Zeige C, ok. Ah, ich bin wieder ausgefahren. Glück gehabt. Nichts passiert. Uiuiui. Nur ein Tier ist tot. Naja, ist okay. Wir haben mehr als genug Hunde. Das ist jetzt ja kein Dach machen. Ah, ist katatonisch. Was machst du das denn? Kannst du dir die mal retten? Äh, äh, äh. So, die sind gerettet soweit. Das passt. So, wie schaut's denn jetzt mit dem Blassschall aus? Sollte reichen. Theoretisch. Fultenrack für mein Zeug. Oh, die haben die Beziehung in that egg beendet. Boah. Wieso ist ja schon wieder so ein Haufen angefangen? Und nix beendet. Was soll der Scheiß? Wo ist ein Coyote? Wo ist ein Coyote? Da. Da bearbeitet Steine. Ach so, weil Maxus die anderen Sachen macht. Okay. Wie lange hält das noch an hier? Das 12. August. Ist noch mal weich, ne? Steve und Lea prüren sich. Das ist auch nicht schön. Lea, 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 Lea. Alles gut. Depressiv. Hässliche Umgebung. Wieso das denn? Ja. Ist echt nicht schön. Da hast du recht. Tatsächlich nicht. Wieso läuft Chester rum? Leg dich mal hin. Ist schlimm. Aber leer gefüttert, ja. Und schlecht. Das ist auch schon wieder ein Ding durchgebrannt. gut. Minus drei? Ist noch nicht gut. Brunieren durch Temperatur. ja das sollte ich vielleicht doch mal eine heizung einstellen läuft auch sehr schön schon ist dann nagelantrieb ist auch fertig mal so eine entwässerung brauchen wir zwar nicht wirklich auch schaden kann es auch nicht das ding ist aber auch ganz schön kaputt verrückte muffler los wie viel denn ganz viele ja geht aber offisch Okay. böse waffe los noch wer es war es nur okay dürft wieder an die arbeit gehen und es gibt auf jeden fall jede menge fleisch das ist ja auch nicht schlecht gibt es wieder viel zu viele bäume wieder weg komische büsche weg das ist so toll hier oben sind wir fertig sehr schön bauen wir jetzt hauptschiff triebwerke sind die riesig informatione kisch kombiniert dreimal raumschiff triebwerk na geil und dann brauchen wir noch diesen reaktor natürlich die kyro kapseln stehen ein bisschen falsch da fällt mir gerade was ein hat nicht irgendjemand dieses ding gehabt 40 uf das ist natürlich doof ihre und der fernkampfwaffe lässt da kriegst du mal das teil jester nicht lester So. So.